Guten Morgen. Guten Morgen. Na, gut geschlafen? Ja. Hey, aufstehen, Conny. Er schläft noch. Heute geht es doch los, Conny. Los, raus aus dem Bett. Heute beginnt das Abenteuer. Hast du selbst gesagt. Das ist kein Zuckerschlecken. Das ist wie verarschen jetzt. Raus, komm. Moin. Hallo, Moin. Was ist denn das da? Das ist meine Badeente. Und das sind Connys. Wie geht's? Komm mal her. Alte Hippe. Conny? Ja? Es stinkt. Annelisse. Ach, Annelisse. Du weißt doch, ich lebe über dich. Herz auf Frühstück. Das Beste mit dem Gegenvater. Die ehemalige Lungenklinik wurde 1993 geschlossen, weil wahrscheinlich weniger Kapazität nötig war für lungenkranke Patienten wegen der Verbesserung der Luftqualität. Alter, ihr dreht durch, hey. Servus. Ihr dampft ja wie Sau, hey. Da bräuchte ich auch eine Lungenklinik hier. Vicky, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Äh, Lungenklinik Oledo. Boah. Oh, boah. Guck mal. Spürst du schon was, Ulfi? Ja. Was denn? Irgendwas ist hier. Wow. Das ist es. Das ist es. Das Albrechtshaus. Ja, hier müsste es eigentlich sein. Hier war Anneliese Möllnhoff als Patientin untergebracht, bis sie gestorben ist. In dem Haus? Ja. Und das hier ist die alte Kapelle. Wo die Leichen aufgebaut waren? Ja. Was diese Rosi erzählte? Spooky. Und die Drachenköpfe, das ist so ein skandinavisches Element. Die Kirche ist von einer schwedischen Patientin gestiftet worden. Seid ihr gut aus? Conny, lass doch mal. Das war 1905. Also ich glaube, wir sind hier jetzt im Westflügel. Die Lungenklinik hatte ja drei Flügel. Den Westflügel, den Ostflügel und den Lungenflügel. Lass doch mal. Oben müsste noch diese Galerie sein, die wir gesehen hatten auf dem alten Foto. Müssen wir mal vergleichen, ob das da ist. Alter Scheiße. Das hat ja echt schon bessere Zeiten gesehen hier, ne? Eure Scherben. So sah das früher aus hier. Das ist die Galerie, so eine Art Balkon. Ey, Alter. Das sind locker sieben Meter hier, ey. Dreht durch. Was denn? Was soll denn das? Bisschen Angst gehabt um mich, oder? Okay. Da hinten ist der Raum. Da können wir gleich Bewegungsmelder aufstellen und eine Kamera. Und dann haben wir das. Wisst ihr was? Heute Abend kommt dann noch eine Harzhexe zu uns. Eine Harzhexe? Spooky. Frau Rasche. Okay. Was macht die? Die spürt den Spuk. Die ist auch ein Medium? Genau. Okay. Cool. Corinna Rasche. Kartenlegerin. Alright. Sieht gut aus? Lass doch mal. Ulfie checkt jetzt irgendwie das Nachtsichtgerät, ne? Ich hoffe. Okay. Wo ist die denn? Alter Hex. Hallo. Ich bin Corinna. Ich bin Conny. Servus, servus. Hallo Mike. Spürst du schon irgendwas jetzt hier? Und wie äußert sich das? Ich kriege immer so einen Druck. Wenn ich weiß, es sind Energien da, dann habe ich so einen Druck auf die Ohren. Es ist so über den Kopf. Wie heißt eigentlich der Mann von der Hexe? Wie heißt der? Hexerich? Mein Sattarztbraten ist das. Mein Sattarztbraten. Ich glaube, wir müssen noch eine Etage höher. Was? Wir müssen noch eine Etage höher. Gleich. Höher. Warum? Weil da ist was. Jetzt ist es da. Jetzt habe ich was. Weil ich habe ganz viel Druck auf die Ohren. Ist auch ganz kalt. Nee, wir sind noch nicht fertig. Wir dürfen hier noch nicht weg. Also ich kriege hier noch eine ganz kalte Ebene und es haucht auch. Das sind 6,2 und geht wieder zu 6,3. Also hier habe ich auch den Druck auf die Ohren. Lass uns mal kurz das Babyphone anmachen. Ich werde jetzt vielleicht lachen, aber Babyphone, das bringt es halt wirklich. Du hast gerade tierisch rote Ohren, ne? Oder? Corinna, guck mal. Tierisch, guck mal. Tierisch rot, oder? Das Ohrläppchen ist rot. Da knabbert bestimmt ein Geist dran. Geht um. Ist ja schon fast Fieber. Also sehr starke Energie. Unheimlich stark. Ich habe versucht in Worten. Krass. Hast du da irgendwas entziffern können? Ja, sie hat versucht zu sprechen. Nein, nix. Wusten vielleicht? Nein, sie war traurig. Sie hat sich an... Die war gar nicht schwer krank, die Frau. Die hatte vielleicht ein bisschen was, aber die haben sie regelrecht aus ihr Leben jetzt. Und ich sehe was. Was? Wo? 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 Was denn? Na links, Frau jetzt. Hier, da, da kommt sie. Sie ist präsent. Alter Schwede. Anneliese. Darf man die überhaupt duzen? Die ist 106. Uns doch egal. Ja? Sie ist eine Seele. Anneliese. Warte mal, ich stelle kurz eine Lichtsohle in die Mitte des Raums. Okay. Anneliese. Aber geht das mit deinen Ohren? Das ist ja blöd. Wir stellen beide jetzt das Licht in der Mitte. Achtung. Wir geben Energie in der Mitte des Raumes. Energie von Licht. Anneliese, nimm dieses Licht an. Und gehe in diesem Licht hinein. Du hast eine super Aufgabe im nächsten Leben. Geh rein. Was denn? Sie wird ein Mann. Sie wird ein Mann? Sie wird ein Mann. Anneliese, du wirst als nächstes ein Mann. Aber keine Trance ist so ein richtiger Mann, ja? Nein, es wird ein richtiger Mann. Okay. Anneliese! Geh zurück! Geh ins Licht! Finde Frieden! Finde Ruhe! Die Lichtsohle ist ganz schön schwer. Ich kann das nicht mehr lassen. Finde Harmonie! Ich glaube, die geht auch. Jetzt... Geh in Frieden! Ich schicke dir Licht und Liebe hinterher. Ich auch! Ich auch! Ich auch! Geh schon. Okay. Alter, kann nichts mehr schief gehen. Hallo! Wir sehen dich. Was ist los? Die steht im Fenster. Ich dreh durch. Ich dreh durch. Anneliese! Wer ist das? Wo seid ihr? Ulf! Wo seid ihr denn? Mann! Sag doch mal was! Sag doch mal was! Wo seid ihr denn? Mann, sag doch was! Was? Untertitelung des ZDF, 2020